Minister Italien als Kampfrichter Leo Franken und Marc Heibich und auf der Grünbahn Pistrine Julem Toldo Brasilien gegen Andrzej Radkowski Polen mit Herrn Madar und Frau Köhler. Dankeschön, thank you. Vielen Dank. 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 Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Sorry. Applaus Das war's für heute. Vielen Dank. 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 Thank you. 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 Fred, allez. En garde. Fred, allez. En garde. Fred, allez. En garde. Fred, allez. En garde. 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 Und er hat 0. Und er hat 2 Videos. Und er hat 2 Videos. Und er hat 3 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 Videos.